Wir sind seit der ersten Sekunde auf der Panorama von Anfang an dabei und sind wirklich sehr gut aufgehoben hier. Bestes Umfeld und sind super zufrieden bisher. Absolut. Zusammenarbeit funktioniert gut. Wir sind ja auch mit vielen Labels hier. Also Blend ist ja ein Kind der DK Company. Wir sind glaube ich mit über 20 Labels hier, also verteilt auf drei Hallen. In der Halle 1 sind noch einige DOB-Labels und ich glaube die Zusammenarbeit könnte nicht besser sein. Also sehr partnerschaftlich und harmonisch. Alles gut. Bestimmt, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also im digitalen Bereich sind wir doch auch aktiv. Auf jeden Fall haben wir unser Department in Dänemark, die kümmern sich darum und das wird mit Sicherheit auch für uns interessant werden. Insgesamt, wir vertreiben schon über unseren Vertrieb in 40 Ländern ungefähr. Also klar, es gibt natürlich auch Märkte, wo wir noch nicht so stark vertreten sind. Im Detail weiß ich jetzt nicht, welche das sein werden. In Kanada sind wir zum Beispiel sehr stark vertreten. Das bauen wir gerade aus. Bestimmt Fernostmärkte, Asien bestimmt noch viel Potenzial da. Da wird mit Sicherheit dann auch noch angegriffen. Also das ist noch genug Potenzial auf jeden Fall da. Also das ist noch nicht. Also das ist noch guardian, die ich nicht so schnell auf jeden Falle immer noch.